ja warum quatsch ich so viel oder eben nicht so viel weil ich hab grad schon angefangen war sogar live alles cool so dann schon eine stadtweite war übermütig ein bisschen gelabert da ging da kam ich hab durchgeskippt und dann war mir nicht bewusst dass ich schon fast tot war als schlag ich war tot deshalb habe ich immer länger gebraucht ich hab da bestimmt 18 minuten gebraucht oder keine ahnung 15 minuten nur von hier nach in die andere stadt das weiß ich dass ich einfach dieses ganze drumherum und alles gar nicht brauche deshalb machen wir alles für schnelldurchlauf die steuerung habe ich jetzt wieder raus toll ne ich weiß ja so ran ist der größte ja auf jeden fall kann man mit y feile verschießen ja ganz cool mit feilen kann man auch die komischen schalter umlegen und alles andere aufmachen was mit dem feilen und den gegnern ist später wichtig bei missionen oder das heißt ja rätsel rätsel lösen da wir rätsel lösen müssen später das ist schwierig die junge ich hab mich auf jeden fall nicht klar damit ich habe es immer geschafft als das erste mal aufschluss gespielt habe dann habe ich es immer zur selbe stelle geschafft immer und immer und immer und immer und immer wieder dann habe ich es irgendwann mal geschissen gekriegt mit viel viel anlauf mit vielen kumpels und alles und alles dann kann man dann fall runter springen weiter zu kommen und dann kennt ihr diesen super heftigen super memory effekt den so super tendus haben macht zu viel anders aus weg das hatte ich aber auch schon mit pokémon ich war der einzige glückliche die ich kannte man hat ja normalerweise über gelbe oder blaue edition immer so ein ultrafieh wenn man da rum surfer hat das über level 100 ist also über signio und normalerweise hat man immer ein anderes immer random was 160 ist oder was das kann man dann auf level 255 aufleveln die sonderbonbons aber wir wissen ja man kann ja rumcheatern aber dann hast du das halt so ne und bei mir war es halt ein new 2 ja fantasy auf jeden fall dann mach es weg ich hab bei dir so einen new 2 hab natürlich auch die richtigen äh ähm tm verdoppelt geklontet so gefüttert so ausgestattet dass ich mit einem pokémon nochmal gegen 6 gewinnen konnte über kabel halt natürlich ne war schon cool wir sind immer von A nach B gelaufen ey Sven hast du mein Kabel ey Sven hast du mein Kabel ey Boris hast du mein Kabel ey Boris hast du mein Kabel das waren Brüder die waren alle die hatten ein bisschen gewohntet hier nämlich he ja im Gameboy Color habe ich mir damals immer das allererste gewusstagsgeld gekauft also nicht das allererste aber das war das erste wo als ich mir damals was für mein Geburtstagsgeld gekauft hab sag ich mal so wo ich selbst doch Geld ausgeben musste im Prinzip das kann man was essen ein bisschen Kühlschatz schlabbern hier so ok sieht ausliegend keine Ahm ist denn sauerig oder sowas Mmh, mmh, mmh! Apollon! Tagfleisch gefüllt. aber wird es wird sie schmeckt du hast ein waschbrett als schutzbüro ein waschbrett jungen waschbrett oder was geht das so rüstung was hast du denn obstmesser und leidenmantel das ist ja viel was ist das kp und mp teilweise wieder raus teilweise wieviel ist teilweise egal was gruspriges ich bin schon an drei raststücken angehalten nix zu fressen alles zu durch meine eigene city gefahren nix zu fressen alles zu stehe beim burger king am schalter ich probe gerade am handy rum natürlich wegen apps und so gutschein war geizig ne da gehen noch zwei kanacken von links vorbei winken mit susan und sagen hey digga ist zug da wusste ich bescheid ja 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 nicht das ist Ah, was Gutes muss ich behalten! Ja! Oh Scheiße! Ne! Oh oh! Boah, ist das heiß! Aber geil! Sieben Blähnitz mit Fleisch! Ja, muss ich übrigens kaufen! Wie verlebe ich das nochmal? Ja, so einer ist tot! Ja, komm! Das ziehen wir durch! So, und jetzt machen wir nicht den Fehler und rennen weiter! Das gleiche bin ich da vorhin gestorben! Ba ba ba! Jimmy! Streich! Flucht! Mhm! Ich werde jetzt nicht so viel kämpfen! Malerweise früher! Immer! Außer jetzt dieses Mal! Habe ich alle Gegner versucht von zu vernichten! Aber jetzt weiß ich zwar, dass ich bis Level 99, 98, 95 komme! Wenn ich am Ende des Spiels bin! Ähm! Ich habe jetzt eine kleine Karte aufgemalt! Was soll das denn? Ich muss ganz... Er weiß das denn! Ich habe mich einfach vergessen! Ich muss da ganz zerech... Ja. Miau, miau! Ich habe doch noch eine Arquete hier! Oh, ich muss los! Oh, da Boo! Geil, aber heiß. Und so ein Gläschen Milch dazu noch, aber ich möchte ungern Tiersstapfel Milch mischen. Boah scheiße, die sind stark! Nee doch nicht. Hey, was ist das? Ah, irgendwelche Papiere hier. Na ja! Leider zu wenig. Leider zu wenig. Damn it. So die Lösche. Das ist mal das Problem, wenn man alleine ist. Und dann Tag Team. Tack, tack, tack. Kratzt einer ab. Kein Problem. Halt mal wieder. Ich muss doch Geld sparen bis dahin. Aber die ganzen Tauber sind auch teuer. Und dann später jetzt das ganze Ausrüstungskaufen vor teuer. Hä? Ein Drachenei. Ach so. Da hab ich mir übrigens schon aufgeschrieben vorhin. Dass ich zurückkommen muss. Aber ich bin ja grad nicht der Versuche nach Drachen. Ah ja, das kommt ja später. Ich glaub man kann sich was wünschen oder so nach Südstück. Irgendwas cooles könnte man damit machen, aber ich hab das Spiel auch so durchgespielt, um das zu machen. Ich hab das Spiel auch so durchgespielt, um das zu machen. Ich glaub ich insgesamt auch nur zwei Mal durchgespielt. Ja. Ich glaub ich. Oder? Nee, komplett, komplett, komplett. Einmal. Beim Bund. Da waren noch alle weg. Für ein paar Monate. Da hab ich viel Zeit. Da saß ich da immer in Unterhosen. Auf meinem Laptop. Hab in Serie geguckt. Und rechts auf die Seite. Wer hat da noch Super Nintendo gespielt? Ehhhhh. Ja. Und dann habe ich das Ding auch durchgespielt. Dauert aber lange. Kann ich da hin? Oooo 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 Oh, ich muss zurück. Ich habe nämlich grobe Karten, weil es nicht übel, aber auch im realen Leben. Dann denke ich, dass es uns verlaufen ist. Lähmlich hin und her, hin und her, hin und her! Das brauche ich eigentlich, aber leider zu warm. Oh! Nomm, Mann, Mann! Gah! Das kommt von der erste Fehler. Einen zu wenig, so ne Scheiß. Wieso steck mein Level auf? Ich muss ja den Saison schotten. Sooooooooooooooooooooooooooo! Jawoll! Ein bisschen Hakenkreuz, ein bisschen, wa? Oh! Die sind stark. Ha! 30 macht das also nur. Ist ja gar nicht so viel. Habt ihr das vorher gewusst, ne? Würde ich hier so kaputt rumrennen hier. Oh, 30, okay. Wow, heiß! Was ist das für ein Hakenkreuz-Spielchen hier? Oh, ich weiß was. Oh, ich weiß was. Oh, ich weiß was. Ich weiß was. Okay. 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 Jau! Jau! Was ist das hier für eine Scheiße? Ctrl. Kratzer. So. Was was mehr an? Er hört Ströck. Ströck. Er hört Ströck. Das ist ein Lüschen-Ei! Oh, scheiße, du bist stark! Nein, die nicht! Die nicht! Das war im Himmel! Du wirst es genau! Wie viel? Wo abziehen musste? Oh, schnell! Cool! Warum ist denn eine Kiste schon auf? Was soll das? Was ist das Ganze von der Karte, oder? Die? Der Rest? F? Der Sommerkrug! Wird besser, oder? Der Sommerkrug! Der Sommerkrug! Der Sommerkrug! Der Sommerkrug! Oh, endlich mal speichern! So! Der Sommerkrug! Der Sommerkrug! Oh, scheiße! Ich habe keine Wumme dabei diesmal! Der Sommerkrug! 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 Das ist ganz schön stark, ich meine, das ist ganz schön stark, Später. Ja? Das ist ein Knobby, das Fleisch. Ah, auch Tänzerin, willst du gut wissen, daran, nicht, je nachvoll, ach so muss ich kein zukunftserlokat, dann weißt du bestimmt, dass er sich erst ab 30 beschneiden ist, und dadurch der beste Ehemann der Welt wird, True Story, ich weiß, dass man gut befreut. Dabei, komm, komm, komm Mädchen, komm, komm, warte noch, oh komm, Quickie, ich meine Zukunft hieß das, was für nicht jugendfreier Content hier so um, nachts, ich hab hier keine Uhr, keine Ahnung, ich glaube ich mach das immer so, ich mach immer ein schönes Video, von stadt zu stadt und weil ich ja aus von trüren erfahrungen weiß dieses spiel auch schon seit über 17 jahre kennen 18 jahre kennen wahrscheinlich sogar mehr als 18 jahre dieses scheiß spiel und ich habe es erst mit keine ahnung 2000 vor vier jahren fünf jahren das ist gespielt das spiel ist so schwer aber es kommt auch später das glaubt die mir gar nicht was das holt jetzt denkt ihr euch alle so easybeasy es ist easybeasy vom kampf her weil man ja mitdenkt es ist nicht easybeasy von den rätseln her manchmal bleibst du im rätsel hängen und früher gab es kein google der kacklackeraffen aller so ein kleiner 13 14 jähriger 15 jähriger junge anfangen zu googeln wo es noch dieses internet gedöhns gab wer nennt sich die scheiße keine ahnung weil man in der post kennt ihr diese cds die in einer post war 100 minuten internet grafis und so online glaube ich irgendwie sowas das darf noch produzieren dann muss man sich anwählen irgendwas teuer auch voll langsam auch gemacht komische geräusche weiß ich noch ganz genau mein kollege gegenüber der mon ex bedient hat nach mir ironischerweise wohnte er wieder gegenüber von meinen eltern war den seiner alter rausgeschlüsseln also vor allem egal er war so der allergute damals er hatte nämlich dsl kann man wie es damals hieß a dsl oder s dsl oder und er war dann auch unser richtiger der war so richtiger richtiger nennt sich das unser pro so und der pro weil er hat 2000 reitung hatte fest stabil sagen wir stabil und irgendwie haben meine eltern 16.000 gekauft war für gut 16.000 und rettung und so hier ist das alles klar alter 1 mb oder was nicht mal wolltest du was runterladen das wort runterladen allein schon einmal schon ne weiß bescheid großartig ach scheiße was kann das denn sofort die schuchtelattacke so ja das war schon anstrengend damals das kleine ne gibt es nichts besseres was ist in einem feehhaus wozu brauche ich das als als dass Vöge Angriff? Tausend! Vöge Angriff? ACH SOOOO! Hab ich eh später vergessen! Du 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 du! Was wolle ich überhaupt?! Hallo, was willst du? Allein für dieses unfreundliche Abisch, hier geht man sich mal rein! Keine Runde 52 Kein Geld mehr 35 ist noch viel mehr Keine Runde Ich lüchte nicht Äh Ja 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 Das geht doch Tschüss Gebt mir das Scheiße Mütze Da fehlt noch was Nee Dreck Was ist das denn Dreck 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 Nein Ja 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 Geht nicht Ähm Ja War schon eine harte Operation Hätte ich mal ein paar Gegner mehr getötet vielleicht So wie machen wir jetzt keinen Cut Ich hab mir überlegt Das ist zu lasch Mal eine Karte mal aktualisieren Mal eine Karte mal aktualisieren Ja Bisschen zu klein auf die Karte Ne Jetzt ist zu groß Ja Reicht Ja Ja Erstmal ist das ja schon mal Da muss man sich denken was passiert Ne Hä Äh Äh Aha Ja Ja Da ich jetzt Superhero-Mam bin Ich bin schon noch töd Neunzehn direkt Ich mach mal hier hier Wie ist das Makro-Management, äh Ja Mal du mal ab bis ich die Krabbeltüte habe Boah schluck Was heißt so viel werden wir angesprochen Falls das jemand interessieren sollte Mal zu schauen Ja 18 Erfahrung 22 Gold Münzen Wahrscheinlich Gm Dora Next Level In 8 Da muss ich mal blank Weißt du Was sagt die schlaue Karte gar nicht Ich sehe mich nur eine Karte Ich habe das 24 oder so Ich habe das Moskito mit 24 Brauner Käfer haben wir getötet Adler ist stark Ich habe keine Wummel dabei Scheiße Wummel Die Adler sind A stark Und die brauche ich mit Endlinger Wummel Ach Ich hab die Arction Wummel Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig, weil wir haben ja nicht nur... nicht viel Vorräte. Ich sehe die Kackpücher auch noch. Ah, das geht mal! Tja! Zaggasse oder was? Aber es muss auch passen, ne? Wie wir schon gesehen haben, kann man hier zwischen nicht mehr überlegen. Wenn ich hier so eine beschissene Karte hier habe... Wäre so ein Spieler ab, die wäre viel besser. Aber das kriegst du ja nicht. Ich sehe immer nur irgendwelche behinderten Spiele hinter den Seiten. Wenn man sich von Scenario zu Scenario klickert. Jetzt habe ich mir einfach Karten geholt. Weil ich zu dumm bin, wenn ich mir verlaufe. Sorry, du hast es leider. Und? Muss ich ja? Ja, aber schon klar, es geht klarer Weg. Ich habe noch eine Diode in Ordnung. Komm ich da hin? Komm ich da hin? Komm ich da hin? Komm ich hin, lass mal kürzstoff auch herrn hier. Na, das sind auch so militanten Eiswürfel. Der diagrammischen. Wenn ich jetzt... Zwei Ostwürfel. Und das ganze Glas, was übrigens 0,5 glaube ich passt da rein oder so, aber auf jeden Fall lieber 0,4 also, ich weiß noch, das ist noch halber Liter, wo es geht da rein. Energie nicht, da ist bisschen mehr als 0,4 drin. Ist voll. Ist schon crazy. So, wo bekomme ich mich jetzt heilen? Hier unten, ne? Arschloch. Rasiert er mich da einfach, weißt du? Das ist übrigens zum Heilen und magische Punkte wieder aufstellen, also HP und MP. Das dritte normalerweise wir speichern. Warte, ich hab doch Krabbeltöter angewählt. So, ich hab jetzt an der Aufmerksamkeit. 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 Ist doch eine Wichse. Hmmmmmmmmmmmmmmmmmm… Ach, das ist rechts, ne? Genau links. Äh, Monsieur? Was? Oh, soll ich nicht springen? Aber ich hab doch nicht recht gegen zwei Ich kann für gar nichts Ich muss gleich mal ins Dorf zurück, um mich mal wieder dingsen, ey Ah, ah, aber ich kann mich nicht noch mal heilen, war das doch mal? In die Ecke, ne? Es sind noch Gegner auf dem Weg dahinter, aber ich bin jetzt zurück dran Tja! Ich merke dir das, weil du einen geilen Team vor dir hast Ich hoffe, er arbeitet jetzt nicht Ooooooh, da war knapp Ja, das muss ja wieder runter laufen Ich bin behindert Aber was gefällt dir das Spiel? Es macht ziemlich einfach Auch mit dem Geld Man hat sehr lange zu wenig Geld Was durchgeht Das heißt, man fängt so wie ich an Aber voll geizig Sachen zu verkaufen Aber im Prinzip darfst du es verkaufen Was brauchst du für das Kapselmonster? Das weiß ich noch aus meiner vorherigen Zeit Als ich das vor ein paar Jahren gestürzt habe Keine Ahnung, oder so Mehr Stärker, mehr Mosquito, ne? Das verkauft man nicht Das verkauft man nicht Das verkauft man nicht Na Genau Weltstark Nicht aufpassen Niiicht So, Neo Verlade Der hier, ne? Aber da musst du gar nicht rein Ja Du kannst dich so früh gehen Hä? Ist das was? Dafür will ich jetzt Wir tüßen das auf Komm, komm, komm Nein! Überraschung Der hätte sein können Ist da wieder ein grünen Hartchen? Na, 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 na Neee Boah! Muss ich wieder zurücklatschen? So langsam wird das schwierig Als nur, weil ich mir dieses scheiß Bräuch kaufen musste Ich bin ein Level, ey Ich weiß nicht, ob Der letzte Kugel kommt, ne? Ich weiß nicht, ob Pfui! Arrrr, ich bin ein Level, lieber Slammann Ich bin Hero Turtle Ich bin nervig, ey Warte Ich kann doch Geh, ey Geh, ey Komm her, Boah Frosch Ey, jetzt kann ich mir erlauben, weil Ja? Ich kann mich hier heilen Musste ich ja Das ist übrigens Wutpunkte. Manche Waffen, die besonders sind, haben das halt. Wutpunkte. Und irgendwie können wir unsere Spezialangriffe ausführen. Wutpunkte kriegt man durch Schaden. Das heißt für meine Help Points. Falsches Ding. Hier, Swarmpunkte, genau. So. Ist schlecht. Wenn ich Kaffee verliere. Also hier ist Kaffee, nicht Kaffee. Dann kriege ich automatisch Zornpunkte dazu. Weil Wut und so. Na. 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 So. Jetzt muss man mal kurz gucken. Wo bin ich überhaupt? Es ist ein bisschen müde schon. Muss ich weiter scrollen hier? Tatsache. Oh, man. Oh, man. Hä? Oh, man. Dreck, ey. Blöde Karte. Ich muss da gar nicht rein. Scheiß Karte. Na gut, dass ich hab ne Karte nennt. Die sagt mir jetzt nicht, wie ich muss. Ach komm. Baller ich dich kurz mal alleine weg hier. Profi. Ein bisschen die Stadt und eine Verstärkung. Mannawitz. Ja klar muss ich. Na ja, nicht hier ohne Tränke rumzuremmen, sondern nur die... Kein Spaß. Das war so. Gib mir was hier. Was für saufend. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Was ist das? So, die Striche, jetzt kommt Daddy zurück und zeigt euch, wo er auch da blutet. Oh, das ist ein Dänk, das ist ein Dänk. zu sammeln. Nieuuu. Da war ich auch schon. Was ist denn der Kasse? Oh. Oh, das ist Pro-Gamer. So, da muss ich ja hier lang, ne? So, da kann ich ja eh nicht lang gehen. Das ist Kacke. Speichere ich nochmal. Ach komm. Jetzt zieh ich mich von dir. Nieuuu. Ähm. Ja. Weißt du, jetzt kriege ich ein Kraftwasser. Warte, muss ich da rein oder muss ich da nicht rein? Die bessere Frage ist, was erwartet ich denn da? Ja. Also, wenn das Spiel rausgeht, übrigens. Ähhhh. Ja, hier ist so ne Kiste. Warte. Warum ich hier ein Glas spielte, kaffe ich nicht. Also, in den Kampf meine ich jetzt. War unnötig. Hier steh ich mir ein. Ich geh mal ein. Ich geh mal zu. Warte. Warte. Was ist das? Was ist das? Warte. 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 Das ist kein Hüt! Was beschreibt? Das ist kein Hüt! Mioo! 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 Oder ist das jetzt noch? Aha! Ja, gehen wir hier lang, ne? Das ist wieder richtig! Gibt's hier was? Was kann das? Der Kampf braucht wieder her, dass ich nicht gestorben bin, ne? Oh! Bisschen will ich leben! Besser ich hier nennens gut, ne? Zaaah! Ha! Bisschen! Bisschen! Mioo! Bisschen! 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 Ja, 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 wartet nur bis Ahrenhöhle, oder wie das scheiße heißt. Wir sehen, ich kippt hier Gehydra. Ich könnte euch mal vorstellen, wie oft ihr angreift. Ja, 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 ja. Vielleicht doch. Ja, du, nein. Was wär wär's und da war ein Konzept? Optional? Ja, das ist ein... Das mit dem Optional. Jawoll, mich hängt aber an sich jetzt von OP, ey! Ja, vorher hast du Angst vor mir. Wofür war ich so stark? Oh, ich bin so stark. Easy! So. Wurde Dudley... ...zerschöner... ...hat wieder was gerissen. na, Stress? Fertzack Bisschen wenig Chaospunkte für den Endligner jetzt, ne? Zornpumpel, meine ich Ich bin da. Es kommt so ein. Es kommt so ein. Ich bin da weg. Nein, nein, nein. Noo no 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 no... weu kniúnk hop je nieho hop je nieho grandparents Das ist ein bisschen schweißer, genauer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 angeblich soll es noch so Lava Lava-Belder geben, Lava die Ecke geben Ja, aber 4444 Chaos kommt es zu vergeben Die pflichten wir sehr schnell Oh, scheiße, ist ein Stärk Ehhhhhh Doch nicht da Da müssen wir löschen Brauern, hm? Doch, das rote Haare, Mann Ich merke jetzt erst Richtig geleckt aber noch so Ach, Mädchen Jawohl Lalalalalalalala Das ist ja schon stark Das ist ja schon stark Wollen wir mal eine Dinger Nichts ab, oder? Oder mal einen Stein? Wollen wir noch einen? Einen machen wir noch BAM! Waschbrett, geil Wollen Sie sichern so Und ich habe das conditioning Wollen Hübsch, meinst du? Na gut, ich sehe sie nicht fast recht So, Mädchen Da hast du es schon! Ach dann... Ich weiß, ob man durch Steingegner kommt oder so. Hab ich mir gedacht. Was mache ich eigentlich? Es wird noch super nass. Ich werde hier ein bisschen die Karte aufchecken. Das ist nichts. Das ist nichts. Ja! Du bist nützlicher als Brot. Ja, aber du Brot bist. Jo, jetzt übertrefft man mich mit den Steingern. Ach so, ey. Du bist so nützlos, Mädchen. Ganz echt aber nur mit Zaubern. Wenn du einen Arsch von Maki-Punkte hast, geht das, oder? So, ja, okay. Ja, okay. Da komme ich hin, ne? Ja? Da komme ich hin? Ja, okay. Also, noch... Das ist das ganze Jaeste. Oh-oh! Alles Name! Und, äh... Weiß nix... Sehr detaillierte Wüste! Respekt! Ach, scheiße, ich verblickt, ey! Ja, wie schlimm! Was ist denn hier? Ich meine, das schaffst du? Aaaaaaah! Schau mal, 33! Du mach... 6! Ja... 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 Mein erstes Haustier! Ein bisschen Seife! Seife! Mein Haustier! Ja... Ein Namen! Aaaaaaah... Aaaaaaah... Ne... Aaaaaaah... Aaaaaah... 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 Feuerball habe ich nicht... Vertreibt doch nicht... Feuerball ist das überhaupt... Aaaaaah... 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 Sogar eher stärker als du! Riechtchen, halt... Piuu... Flüchtling! Ich lass uns schwein, dass er dabei ist, ne? Und die Reste ab? Wir checken uns mal die Lage hier, ne? Wir sind gerade aufgeladen. Baisern und Punding. Geil! Ja, schwein! Ja, schwein! Na, schwein! Oh, das war es so. Oh, das war's so. Nyaum, nyaum, nyaum. Oh! Oh! Oh, das war's so. Oh, das war's so. Nee, 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 nee Das ist rassistisch. Rechts war nichts mehr, ne? Tja, relativ billiges Schluss hier. Eure Majestät. I'm gonna lick in. Oh, I'm gonna lick in. Oh, shit. Eure Majestät. Und VIBO, die K-U-K-SKKÖSIÖ. Ä Fehler. Dischante. Dischante. Und Le stressedot. Das Reste ist ein bisschen russ. Mal auch mal so. Ja. Oh Juche. Dann gehen wir erstmal in die City. Noch einen kleinen Kampf. Dann tuteln wir mal hier durch die City. Und dann speichern wir, dann ist es auch vorbei. Und dann geht's. Oh Gott. Oh, wir sind hier. Zack. Noch reingelaufen. Auch jetzt geheilt überhaupt. Ja, ist auch schon so. Ja. Zack. Waren. Was gibt's denn hier? Ein Talisman hat deine Gegner verbrennt. Wenn du die nicht picktest, füllt sie im Kampf die KB von dir und dein Gründen wieder auf. Ja. Ein Talisman hat die Donner verletzt. Ein anderer aus der Scheiße. Zonenmesser. Ja. Ja. Das ist ja voll Scheiße. Das Zonenmesser dagegen, ne? Also mal 10. Also das Zonenmesser. 10.000 kosten. Ja. Alles klar. Okay. Aber was ist noch mal? Noch mal. Nix ist immer gleich. Duh. 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 We 신�halst du das jetzt nicht? Achtzig zwei. Ja, 90? So, schon kackiert mir für... Ja? Für gar nix! Jaaaa... Na? Nein, die Baucherei... Ach, meine Freunde... Das war's doch schon! 68... Ist die schon gerne? 47... Du bist mir scheiße gern, Mädchen! Der Helm... Und das Schild... Helm und Schild... Da sind nur 2 mehr... Das Schild gibt aber... 6 mehr... Ist aber 1000... Ich fahre einfach ein bisschen! Wobei, das gibt auch nicht so viel Geld, ne? Ja... Noch mal so einen Probelauf... Und die Geld das bringt... Oh, ich jetzt war... Ach ja, weil ich keinen Kaffelpilter mehr habe... Jaaaa... Scheiße... 60... Fick die Ziege, ich speichere ab... Und alles, was ich vom Beuchel heute... 60... Ey... Da bist du denn... Ja, wer ist schon... Mega... Niii... 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 So, danke fürs Zuschauen... An dieser Stelle... Zusehen... Ciao... 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 Niii... Niii...